Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von AppToid 21, also mir. Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr Needforce oder wie ihr generell Apps oder Spiele bei AppToid hochladet, wenn ihr euch da angemeldet habt. Anmeldung ist kostenlos, könnt ihr über Google Plus oder Facebook auch tun und ich wollte euch jetzt zeigen, wie man das macht. So, ihr habt eine App, ich jetzt zum Beispiel Needforce Speed Most Wanted und die müsst ihr erst mal installiert haben. Mache ich jetzt mal schnell. Needforce Speed ist so ein Rennspiel, falls jemand das nicht kennt. 21 MB groß. Und ja, ich weiß, ich habe so eine schlechte Holzleitung, kann ich schon mal so sagen. Holz. Und ja, gut, installiert ist es jetzt. Dann braucht ihr eine App. Die könnt ihr euch jetzt, also wenn ich das Video zeige, könnt ihr euch die in der Videobeschreibung den Link runterladen von meinem Mediafire Account. Und und zwar nennt man die App AppToid Uploader. Das ist der hier. Den könnt ihr entweder bei AppToid runterladen. Dann gebt ihr ein AppToid Uploader. Das gebt ihr dann halt ein und ladet es euch runter. Aber am besten ist es, wenn ihr meinen Link nehmt, weil das ist eine vorherige Version und damit klappt es auf jeden Fall. So, das ist nämlich Version 2.0. Es gibt jetzt schon eine höhere Version, aber nicht gut. Gut. So, dann geht ihr in die App rein. Und da liegt ein bisschen. Gut, dann habt ihr hier alle Apps, die ihr auf eurem Tablet oder Handy drauf habt. Und dann könnt ihr sagen, Need for Speed, Most Wanted, Submit Apps. Und dann gebt ihr hier ein, ähm, Age Rating, All. App Category, Racing. Das ist so eine optionale Beschreibung. Also Phone Nummer, Website. Website gebe ich mal an, www.apptoid-21.jimdo.com Und dann Submit. Sending App in the Background. Dann könnt ihr hier gucken. Okay, hier das hat wohl anscheinend nicht funktioniert. Ähm, ja, ähm. Dann probiere ich es gleich mal mit, ja, sagen wir mal, Minecraft hab ich. Ich probiere es mit, ähm, mit meinem Antivirus-Programm. So, Antivirus-Programm. Und, so. Ähm, 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 ähm. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Tools. Ich gehe jetzt mal unter Tools. Website brauche ich jetzt mal nicht. Submit Sending. App in the Background. Und, okay, hier wird gerade noch hochgeladen. Und dann wird man sehen, wenn das fertig ist, dass es auch geklappt hat. Gut. App successful upload. Und dann, wenn ihr jetzt, ich glaube, das dauert ein bisschen. Ähm, ähm, ähm. Aber, ähm, ihr habt es halt dann hochgeladen. Wenn ihr jetzt hier Minecraft eingibt, mal sehen, vielleicht ist es schon da. Vielleicht, aber auch noch nicht. Ich glaube es nicht. Ne, es sieht noch nicht so aus. Weil, die Version habe ich ja auch die neueste jetzt. Ne, ist noch nicht drauf. Anscheinend. Ne. Also, ähm, das... Auf jeden Fall funktioniert das so. Und ihr könnt es selber ausprobieren, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Tutorial. Und. Ja. Ähm. Mit dem Fastbeat Most Wanted hat es jetzt nicht funktioniert. Vielleicht haben die da so eine, ähm, starke Sperre sozusagen reingetan. Dass man das nicht mal irgendwie auf Eptoid kriegt. Ich kann es nur mal probieren. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, das wird nichts. Ich kann nur mal hier schnell. www.eptoid-21.gimdo.com Und Submit. Aber wahrscheinlich... Ne. Also, ähm... Ja gut, ähm... Das, weil... Ne, das wird wahrscheinlich nichts. Und, naja. Auf jeden Fall, es klappt mit einer ganzen Mengen Apps. Also, ich könnte es jetzt mit Clash of Clans, könnte ich es machen. Ähm... Mit Twitch, mit Raha Archiver. Also, der vielleicht sogar auch ziemlich wichtig wäre. Aber, naja. Also, die ganzen Apps, die würden funktionieren. Und dann bedanke ich mich. Dass ihr alle, die geguckt, mit zugeguckt haben. Und, ja. Und abonniert mich. Liked meine Videos. Ähm... Guckt meine anderen Videos. Und... Ja, also... Eins probiere ich hier noch. Ja, das ist alles richtig. Gut. Ähm... Das wird auch funktionieren. Jawohl. Und... Das hat aber länger. Braucht das. Weil es ein größeres Programm ist anscheinend. Und, ja. Dann... Wird es gleich fertig sein. Oder bedanke ich mich jetzt schon mal. Für die Leute, die zugucken. Und... Und... Jo. Ich hoffe, man versteht mich laut. Weil ich rede nicht so laut. Weil... Ein bisschen Stimme weg und so. Aber, naja. Es... Müsste gehen. Jedenfalls, das klappt. Und... Ja. Cool, dass ihr da seid. Und... Tschüss.